Hi Berlin! Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder. Heute läuft die Sache mal ein bisschen anders rum, nämlich ich zeige dem Olaf heute mal den Burgerladen schlechthin. Wir sind hier in Köpenick in der Bahnhofstraße 13 und dieser Laden heißt Louis Burger. Richtig gut, der hat nämlich die besten vegetarischen Burger in Berlin. Natürlich ist auch sein normales Repertoire großartig, aber eben die vegetarische Geschichte ist mega geil und ich freue mich schon. Ich bin nämlich wie ihr seht wieder total hoch. Hast du schon gesagt, Bahnhofstraße 13? Habe ich gesagt, dass er in der Bahnhofstraße 13 ist? Zwei Gehminuten übrigens vom Bahnhof Köpenick. Der Kracher ist natürlich, dass ich hier alter Köpenicker in Köpenick groß geworden bin und diesen Laden überhaupt nicht kenne. Ich war das tatsächlich noch nie, da wusste ich, dass die alte Barzahnerin kommt. Die hat nämlich gesagt, hier jedes Mal, wenn ich in Köpenick bin, dann gehe ich hier ein Burger essen. Absolut. Jungs Burger ist großartig. Wollen mal gucken, was die können und wir melden uns gleich wieder. So, wir haben es jetzt erst mal reingeschafft. Es ist ein Wunder, 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 Wunder. Komm mit. Wunder, Wunder. Wunderschöner Laden. Steffi, was haben wir bestellt? Also wir haben jetzt auf jeden Fall einmal den Cheeseburger, den Köpenicker Cheeseburger. Köpenicker Cheeseburger. Köpenicker Cheeseburger. Und jetzt haltet euch fest, den veganen Burger Schöneweide. Und der ist mit Tofu, mit Kartoffeln, mit Auberginen und Zucchini und der kann nur großartig sein. Hört man ja schon. Das müssen wir auf jeden Fall testen. Also es ist ja ein absolut geiler Laden. Mega. Mit total freundlicher Bedienung und freundlichen Mitarbeitern. Hab ich dir ja gesagt. Und top, top eingerichtet. Also da kriegt Steffi schon erst mal schon viel Ambiente. Da bekommt Steffi schon mal. Was bekommt Steffi da? Steffi bekommt schon mal vier Punkte. Von fünf. Wofür? Achso, weil ich dir eher den Laden zeige. Ich sage dir im ersten Video, einfach nicht drauf achten. Also mein Freund, erzähl uns doch mal unseren Zuschauern über deinen Laden. Wie lange gibt es euch schon? Hallo, das erste Mal herzlich willkommen bei uns im Laden Louisburger. Also Louisburger ist seit 27.07.2020. Noch ganz neu, okay. Genau, ganz neu Laden. Und wir arbeiten mit frischen Sachen. Also ausgemachte Teppich. Und Brötchen sind auch von eigener Bäckerei. Und Jusen sind ausgemacht. Und alles lecker bei uns. Aber Auskunftszeiten, von wann habt ihr denn auch? Also Auskunftszeiten haben wir bis, also von 11 Uhr bis 11 Uhr Nacht. Also 23 Uhr. Von 11 bis 11? Genau, ja. Also ist Corona-Zeit. Aber Sommer haben wir länger, bis 0 Uhr. Montag bis Sonntag oder was? Montag bis Sonntag, ja. Jeden Tag? Genau, ja. Sieben Tage die Woche? Von? Wie war das? Äh, von 11 bis 11? Ja, geil. Von 11 bis 11, ja. Ja, geil. Bahnhofstraße 13. Bahnhofstraße 13. Bahnhofstraße 13, ja. Zwei Minuten zu Fuß vom Bahnhof Köpenick. Und dann ungefähr fünf Minuten zu Fuß von der Lindenstraße in Köpenick. Ja, cool. Dann warten wir jetzt auf unsere Bürgerhassern. Und dann wollen wir mal gucken, was die können. Ich hoffe, euch gefällt das, unsere Bürger. Also wird alles frisch gemacht, gebraten und fertig gemacht. Dann war das Wasser. Dankeschön. Danke auch. So, unsere Bürger sind gekommen. Das sind ja mal, das sind mal, das sind mal, richtig, richtig, das ist der vegane? Genau, schöne Weide vegan. Mit, mit Aubergini, Zucchini, Tofu, Kartoffeln. Mega gut. Kriegst du den überhaupt hochgehoben? Na klar, guck mal. Das ist der Köpenick-Cheeseburger. Cheeseburger-Köpenick. Der sieht auch mega gut aus. Wenn man mal gucken möchte, die Wannen sind alles, alles, wirklich alles selber gemacht. Alles selbst gemacht, ja. Absolut geil. Großartig. Wir werden es uns erst mal schmecken lassen. Steffi, dann probier mal ruhig. Probier mal ruhig, Steffi. Ja, klar, wir gucken zu. Ah, schön. Guck mal. Ich kann es auch mal wissen, dass es einen großen Bund hat. Okay. So, jetzt kommt die Spannung. Du weißt mal richtig ab, Steffi. So koße ich meinen Mund nicht. Mega lecker, mega lecker. Der Tofu ist großartig. Der Tofu ist großartig. Mega gut. Wir melden uns gleich nochmal wieder. So, erstmal zum Wohle, Freunde. Auf diesen Burger habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Krass Teil, oder? Da scheint Steffi wirklich eine sehr gute Wahl getroffen zu haben. Naja. Ich kann ihn ja mal seitlich mal hochklappen. Dann fährst du doch mal rein. Guckt euch das an. Das sieht wirklich, 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 richtig, richtig lecker aus. Bahnhofstraße 13. Louisburger. Louisburger. 2G Minuten von Bahnhof Kölberdich entfernt. Absolut genial. Ich werde den mal wegsnacken. Wegsnacken? Dann snacken wir. Wow. Guckt mir hier drauf. Das ist so geil. Guckt mal rein. Das ist einfach nur traumhaft. Traumhaft und lecker. An dieser Stelle würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal bis gleich. Also abschließend ein absolut Hammer, Hammerladen hast du richtig gut gemacht. Mal was wirklich richtig gut ist von dir. Und Hassan ist großartig. Er ist so nett. Steffi, also ich bin restlos begeistert. Die Sonne ist jetzt auch schon untergegangen. Wir werden nochmal zusehen, dass wir irgendwo noch unser Feierabendbier trinken. Und dann geht es nach Hause. Genau. Und nochmal, damit ihr es auch ja nicht vergessen. Bahnhofstraße 13. In Köpenick. 2 Minuten Fußweg vom Bahnhof Köpenick. Kommt vorbei. Snacken Burger oder einen der geilen Hot Dogs. Bis dann, Freunde. Bis dann, Freunde. Bis dann, Freunde. Beisp 머� prochain. Bis dann, Freunde.